Ich wünsche mir, dass meine Enkel später über mich sagen, dass sie mich immer dynamisch erlebt haben, dass ich das, was ich gemacht habe, mit Leidenschaft getan habe, auch egal in welchem Alter und dass ich vor allem auch auf ihre eigenen Wünsche oder Auffassungen dann auch gut eingehen kann und dass ich mich genauso erleben, jung, dynamisch, egal in welchem Alter ich mal sein werde.